Guten Morgen! Guten Morgen! Frau, ich habe heute einen Termin bei Ihnen für das Nägel machen. Frau Meier, schön, dass Sie das erste Mal heute bei uns da sein. Bitte setzen Sie sich doch da um mich. Mein Kollege macht Ihnen heute die Nägel. Ah, wirklich? Guten Morgen! Guten Morgen! Daniela, hast du mir die Langfertigung geschraubt? Sei so gut, danke! So, voilà! Der muss ja in Form fallen oder allein wegkürzen. Ah, wegkürzen! Passt, machen wir! Okay!